Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein heutiges Thema dreht sich um unzulässige Fragen im Bewerbungsgespräch. Ich bin Marian Neumann und ich bin deutschlandweit für Sie als Rechtsanwältin tätig. Im Bewerbungsgespräch stellt der potenzielle Arbeitgeber dem Bewerber natürlich viele Fragen. Er möchte viel über ihn wissen und er möchte ihn näher kennenlernen. Eine Reihe dieser Fragen ist allerdings unzulässig. Die Folge der Unzulässigkeit ist, dass der Bewerber die Beantwortung dieser Fragen einfach verweigern kann. Allerdings kann eine solche Verweigerung natürlich für ihn auch negative Konsequenzen im Bewerbungsprozess haben. Das heißt, wenn er die Fragen des Arbeitgebers nicht beantwortet, sagt er, nee, den will ich nicht, der hat meine Fragen nicht beantwortet. Deshalb ist es sogar zulässig, dass der Bewerber auf solche unzulässigen Fragen lügt. Nur in einzelnen Fällen, in denen die Beantwortung dieser Fragen tatsächlich relevant ist für die Eignung für diesen Job, dürfen diese Fragen gestellt werden. Dann müssen sie auch wahrheitsgemäß beantwortet werden. Die häufigsten Fragen sind, wollen sie Kinder haben? Sind sie schwanger? Wie ist denn ihr Familienstand? Haben sie eine Behinderung? Welcher Religion gehören sie an und sind sie überhaupt religiös? Sind sie Gewerkschaftsmitglied? Waren sie mal im Gefängnis oder sind sie vorbestraft? Gehören sie einer Partei an? Was macht denn ihr Partner beruflich? Trinken sie gelegentlich Alkohol oder rauchen mal einen Joint? Welche sexuellen Neigungen haben sie? Sind sie homosexuell? Sind sie Raucher? Wie hoch war denn ihr bisheriges Gehalt? Besitzen sie Aktien, Immobilien oder sonstiges Vermögen? Was für Krankheiten haben sie? Sind sie Allergiker? Haben sie HIV? Oder hatten sie schon mal einen Burnout? Woher kommen sie? Dies war nur ein Auszug der Fragen, die unzulässig sind im Bewerbungsgespräch. Die Frage nach einer bestehenden Schwangerschaft zum Beispiel ist auch nicht einmal dann zulässig, wenn sich die Bewerberin auf eine zeitlich befristete Stelle bewirbt und sie aufgrund ihrer Schwangerschaft den größten Teil dieser befristeten Arbeitszeit nicht arbeiten kann. Zulässig ist die Frage nach einer bestehenden Schwangerschaft ausschließlich dann, wenn dieser Job ausschließlich zur Schwangerschaftsvertretung geschaffen wurde. Die Frage nach einer bestehenden Behinderung ist nur dann zulässig, wenn der Arbeitgeber aufgrund der speziellen Anforderungen, die der ausgeschriebene Job mit sich bringt, ein berechtigtes Interesse daran hat. Die Frage darf also rein tätigkeitsbezogen sein. Im Übrigen darf der Arbeitgeber den Arbeitnehmer allerdings nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses durchaus nach dem Bestehen einer Behinderung fragen. Denn die Frage, ob einer behindert ist oder nicht, spielt in zwei wichtigen Punkten eine große Rolle. Einmal im Rahmen einer Kündigung, wenn es um die Sozialauswahl geht, ein Behinderter ist besonders geschützt und einmal im Rahmen des Kündigungsschutzes. Die Frage nach der Religionszugehörigkeit darf von konfessionellen Arbeitgebern gestellt werden, also zum Beispiel kirchlichen Institutionen, damit die sicher gehen können, dass der potenzielle Arbeitnehmer die gleiche Konfession hat wie die Kirche. Nach Vorstrafen darf nur gefragt werden, wenn das für den Job relevant ist. So darf ein Bewerber für eine Lkw-Fahrerstelle gefragt werden, ob er wegen Verkehrsdelikten vorbestraft ist. Die Frage nach Alkohol- oder Drogenkonsum ist dann zulässig, wenn dieser Konsum Auswirkungen auf die Arbeitsleistung haben kann. Dies insbesondere bei gefährlichen Jobs oder verantwortungsvollen Jobs wie Pilot, Gerüstbauer, Kraftfahrer oder Maschinenführer. Nach den Vermögensverhältnissen darf der Arbeitgeber bloß fragen, wenn es um eine Führungsposition geht. Denn der Arbeitgeber kann von den persönlichen finanziellen Verhältnissen des Bewerbers auf die Zuverlässigkeit des Bewerbers generell im Umgang mit Vermögen schließen. Nach Krankheiten darf der Arbeitgeber bloß dann fragen, wenn es für den Job maßgeblich ist, beispielsweise aufgrund erhöhter Infektionsgefahr. So darf ein Krankenpfleger zum Beispiel nach einer HIV-Infektion gefragt werden. Andererseits obliegt dem Bewerber eine Aufklärungspflicht, wenn er ansteckende Krankheiten hat oder an einer Krankheit leidet, aufgrund derer er den Job überhaupt nicht ausführen kann. Dann muss er den Arbeitgeber von sich aus darauf hinweisen, ohne dass der Arbeitgeber nach bestehenden Krankheiten gefragt hat. Anhand dieser Beispiele sehen Sie, dass also an sich unzulässige Fragen nur in Ausnahmefällen auch einmal zulässig sein können. Das war es schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich freue mich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, einen Kommentar hinterlassen und natürlich auf Gefällt mir klicken. Bis zum nächsten Mal. Ihre Marianne Neumann Bis zum nächsten Mal.